Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es bei mir diese super leckeren Blätterteigröllchen. Die sind einfach gemacht und schmecken wirklich ganz toll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Für die Blätterteigröllchen verwende ich zwei Packungen Blätterteig, 200 Gramm Käse, ich habe davon 150 Gramm Feta und 50 Gramm so eine Art Schmelzkäse. Ihr könnt Gouda nehmen zum Beispiel. Dann habe ich ein bisschen Petersilie, zwei Peperoni, eine kleine Zwiebel, ein Esslöffel Joghurt, ein Ei, Salz, Pfeffer und etwas Sesam. Ich fange als erstes mit der Füllung an. Dafür werde ich jetzt erstmal die Petersilie klein schneiden. Die beiden Peperoni und die Zwiebel werde ich jetzt auch noch klein schneiden und zu der Petersilie geben. Den Käse werde ich jetzt reiben. Dazu gebe ich jetzt noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer. Und ein ganz bisschen Salz. Beim Salz ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann ja sein, dass der Käse, den ihr verwendet, schon salzig genug ist. Also nur ein ganz bisschen. Das werde ich jetzt alles gut verrühren. Eigentlich kann man dafür jeden Käse benutzen, den ihr habt. Ihr könnt auch damit restliche Käsesorten, die so im Kühlschrank schwören, einfach gut verwerten. Das ist immer sehr praktisch. So, den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und die Blätterteigrolle werde ich jetzt genau in der Mitte einmal teilen. Und ich hatte ja ein Ei. Und von dem Ei werde ich jetzt so an der Seite so ein bisschen von dem Eiweiß nehmen. So ein bisschen mit einem Pinsel. Und werde die Kanten von jedem Rechteck bestreichen. Die Käsemasse teile ich mir jetzt so durch zwei, weil ich ja zwei Blätterteigrollen habe insgesamt. Und dann nochmal die Hälfte davon. Und das gebe ich jetzt auf die Rolle. Ich nehme mal die längere Seite. Jetzt werde ich erst so ein bisschen die Seite einklappen. Und dann wird es gerollt. Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. Sie sollte am Ende so aussehen, die Rolle. Man kann das auch wunderbar mit Hackfleisch füllen. Oder wenn ihr eine vegane Variante nehmt, nehmt ihr einfach so eine gekochte Kartoffel-Zamuse. Und mit Zwiebeln und Petersilie zusammen auch eine Füllung machen. Und dann kann man das auch in den Blätterteig geben. Und dann ist das eine vegane Rolle. Weil Blätterteig ist ja in der Regel vegan. Ich habe hier ein quadratisches Backblech. Das ist 24 x 24 cm. Das werde ich jetzt einpinseln. Und zwar mit meinem Backtrennmittel. Ihr könnt das Backblech einfetten. Oder ihr in einem Backpapier beides geht. So, ich habe das Backblech jetzt mit meinem Backtrennmittel eingepinselt. Und da kommen jetzt die Blätterteigrollen rein. Passt in der Regel auch genau rein. Ich lasse so ein ganz bisschen Abstand, weil die ja noch ein bisschen aufgehen werden. So, als nächstes nehme ich das Ei. Und hier habe ich ca. einen Esslöffel Joghurt. Das kommt auch dazu. Das werde ich jetzt alles gut durchrühren. So, das Ei und der Joghurt haben sich jetzt gut verbunden. Das werde ich jetzt über die Blätterteigröllchen streichen. Mit einem scharfen Messer werde ich jetzt ein paar Ritze in die Blätterteigröllchen machen. Und darüber werde ich jetzt noch ein bisschen Sesam streuen. So, die Blätterteigröllchen sind jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich ja schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da werden die Blätterteigröllchen jetzt drin backen. Im Anschluss sage ich euch dann die genaue Zeit. So, die leckeren Blätterteigröllchen sind jetzt aus dem Backofen raus. Sie waren bei mir genau 40 Minuten im Backofen. Aber es ist ja von Backofen zu Backofen anders. Ihr müsst halt mal gucken. Ab 30 Minuten würde ich immer mal schauen. Nicht, dass die zu dunkel werden. Ich lasse die jetzt ein bisschen abkühlen und dann nehme ich sie aus der Backofen raus. Und dann schneide ich sie auch mal an, damit ihr mal seht, wie die von innen aussehen. Diese Blätterteigröllchen sind richtig lecker. Probiert sie unbedingt mal aus. Ich kann sie nur empfehlen. Ich bin sowieso ein Fan von fertigen Blätterteig. Das ist immer total praktisch. Und egal was man reintut mit ein bisschen Käse, es wird eigentlich immer lecker. Probiert sie mal aus. Und wunderbar auch zum Mitnehmen, wenn man mal ein Picknick machen will oder mal ins Büro oder so. Die sind dafür super geeignet. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer sofort Info bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Willkommen, bitte Bis zum nächsten Mal.